Herzlich willkommen hier bei Auktionata, wieder live aus Berlin. Interessant bei diesen Skarabeen ist, dass es sich ja dabei um Mistkäfer handelt. Von ganz klein zu ganz groß. Das ist interessant, der Fabelwesen dürfen dargestellt werden, weil die gibt's so nicht. Jetzt wird es kreierisch. Wohl das Highlight dieser Auktion. Heute hier letzte Chance. Verkauft, verkauft, verkauft. Was hat Zeus in Ägypten verloren? Also das ist auch hier wieder eine idealisierte Form eines Menschen. Ein safavidischer Schwertschleifer. Wie funktioniert das? 36.000 zum Ersten. 36.000 Euro zum Zweiten. Verkauft. 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 Vielen Dank.